Auch Wurzens Oberbürgermeister Jörg Rücklin stellt sich wieder zum Neujahrsinterview. 2018 wurde an Planungen für diverse Projekte weitergearbeitet und zusätzlich wurden auch neue begonnen. Ganz zum Anfang, bevor wir auf das alte Jahr zurückblicken, möchte ich auch ganz gerne den Wurzner Bürgerinnen und Bürgern, unseren Gästen und alle, die hierher kommen, arbeiten oder zu Besuch sind, alles Gute für das neue Jahr wünschen. 2019 wird in der Tat ein wieder ereignisreiches Jahr für uns. Wir haben uns vieles vorgenommen. Und wenn wir auf 2018 zurückblicken, dann haben wir ein Jahr hinter uns gebracht, das sehr, sehr viel Vorbereitung, insbesondere für die kommenden zwei Jahre, mit sich gebracht hat. Wir haben vorbereitet zum Beispiel unser Wasserturmprojekt, da haben wir sicherlich auch nochmal drauf eingehen können. Wir haben uns vorbereitet auf die Sanierung des Ringelnatzhauses. Wir haben alles vorbereitet für die Sanierung unserer Grundschule an der Sternwarte. Viele Akteure wirken teilweise daran mit und können sich einbringen, was die Planungszeiten verlängert. Rund 17 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr investiert werden. Drei Großprojekte stehen dabei mit auf dem Plan. Die drei größten Projekte, die wir uns vorgenommen haben, sind auf der einen Seite natürlich die Sanierung der Grundschule an der Sternwarte. Dort haben wir uns ja sehr, sehr lange auseinandergesetzt, was machen wir mit dem Standort, wie gehen wir mit dem Standort um. Und in einer sehr breiten Bürgerbeteiligung haben wir schlussendlich den Beschluss gefasst, den Standort in dieser Form zu erhalten und auch zu sanieren. Und wir haben die Ausschreibung vorbereitet und werden jetzt in dem nächsten Jahr mit der Sanierung beginnen. Die zweite große Sache, die uns ansteht, was wir auch schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder vor uns herschieben, ist die Sanierung des Ringelnatzhauses. Da sind wir sehr froh und glücklich, dass die entsprechenden Fördermittelbescheide gekommen sind. Wir sind mitten in den Ausschreibungen und können jetzt im kommenden Jahr, im Jahr 2019, mit der Sanierung beginnen. Und last but not least, was uns jetzt wirklich die nächsten zwei Jahre beschäftigen wird, ist die komplette Umgestaltung des Geländes am Wasserturm hier in Wurzeln auf dem Clara Zetkin-Platz. Wir wollen also nicht nur den Wasserturm sanieren, wir wollen auch das vorstehende Villa-Gebäude sanieren. Wir wollen den gesamten Platz neu gestalten. Es wird ein Lebensmitteleinzelmarkt hinkommen. Wir werden die gesamte Verkehrsführung in dem Bereich umgestalten. Das wird ein riesengroßes Projekt und das wird uns jetzt über die nächsten zwei Jahre beschäftigen. Die Kooperation des Wurzener Landes, bestehend aus Wurzen, Bennewitz, Talwitz und dem Lossertal, trägt auch Früchte. Gemeinsam forcieren sie zum Beispiel den Glasfaserausbau. Wir sind ein sehr gutes Beispiel für die Kooperation im Wurzener Land. Hat es ja schon die Jahre vorher immer wieder angedeutet. Wir sind vier Kollegen, die sich jeweils auf ein Gebiet spezialisieren. In dem Fall ist es Kollege Bernd Klackwa aus Bennewitz, der dort federführend aktiv ist. Wir haben alle Fördermittel eingestrichen, sowohl von der Bundesregierung als auch vom Freistaat Sachsen. Wir haben die entsprechenden Vorbereitungen getroffen. Ich denke, wir sind mit unserem Konzept, eine kommunale GmbH zu gründen, auch wirtschaftlich sehr erfolgreich. Wir denken, dass das nicht nur tragfähig ist, sondern auch ein wirtschaftlich sinnvolles Modell darstellt. Eben auch, um das Geld der einzelnen Kommunen zu schonen, das auf eine privatwirtschaftliche Form zu setzen. Wir sind jetzt mittendrin in der Ausschreibung für die Planungsleistungen. Die sind vergeben und werden jetzt begonnen. Und wir wollen, so ist der Plan, im Mai diesen Jahres den ersten Spatenstich machen und dann im Wurzener Land das neue Glasfasernetz ausrollen. Erstmal aber in den unterversorgten Gebieten im ländlichen Raum. Der Glasfaserausbau ist aber bei weitem nicht das einzige Thema der vier Bürgermeister für das kommende Jahr. So wurden ebenfalls die Wurzener Landwerke ausgebaut. Ein Meilenstein ist die Erstellung des Stadt-Umland-Konzeptes. Mit dem Stadt-Umland-Konzept haben wir eine ganze Reihe von Kooperationsmaßnahmen oder Kooperationsfeldern abgesteckt, die wir künftig weiter bearbeiten wollen. Und das erste ganz Konkrete, was aus diesem Stadt-Umland-Konzept heraus entstanden ist, ist die Aufnahme in das sogenannte Programm Kleine Städte und Gemeinden, KSP, wo wir unseren Ortsteil Kyren untergebracht haben. Und aus den Mitteln, die über dieses Programm uns dann zur Verfügung stehen, werden wir sowohl die Turnhalle in Kyren als auch die Schule in Kyren sanieren. Wir werden dort im Nordweg die Regenentwässerung nochmal erneuern und wir werden die Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit dem Neubau der B6 innerhalb der Ortslage Kyren auch über dieses Projekt finanzieren. Da haben wir einige Aufgaben vor uns, die exakt über diese Kooperation dann entsprechend besser finanzierbar sind. Wir sprechen über Sicherheit. Eine Gesprächsrunde, die im letzten Jahr mit diversen Akteuren aus Lokal- bis Landespolitik stattgefunden hat. Sie wollten mit den Bürgern ins Gespräch kommen, um herauszufinden, wo aus ihrer Sicht Probleme liegen und was sie an ihrer Stadt stört. Das Thema Sicherheit hat im vergangenen Jahr eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Wir hatten ja im Januar eine sehr heftige Auseinandersetzung zwischen ausländischen und deutschen Jugendlichen. Ausgehend davon haben wir uns auf der einen Seite mit Bautzen in Verbindung gesetzt, wie kann man über solche Konfliktsituationen, wie kann man solchen Konfliktsituationen besser Herr werden. Wir können das natürlich als Stadt nicht alleine stemmen. Wir haben eine ganze Reihe von Maßnahmen in die Wege geleitet, gemeinsam mit dem Freistaat Sachsen, aber auch als Kommune selbst. Als allererstes ist zu nennen, dass ich denke, das hat sich auch bemerkbar gemacht, dass die Polizeipräsenz in der Stadt verstärkt wurde. Wir haben jetzt einen aufgewerteten Polizeistandort mit einem Standortverantwortlichen, der ein direkter Ansprechpartner auch für mich und die Verwaltung ist. Auf der einen Seite war eine sehr, sehr schnelle Maßnahme. Muss ich dem Freistaat auch dafür danken, dass dort so schnell reagiert wurde. Wir haben auf der anderen Seite hier in Wurzen die Straßensozialarbeit deutlich erweitert. Ein bisschen unzufrieden bin ich darüber, wie lange es gedauert hat. Das lag aber nicht an den handelnden Personen, sondern es liegt schlicht und ergreifend daran, dass es zwischenzeitlich sehr, sehr schwierig wird, auch Personal für dieserlei Aufgaben zu finden. Wir haben jetzt zwei Straßensozialarbeiter eingestellt, die jetzt auch in der Stadt aktiv sind und dort mit Jugendlichen arbeiten wollen und sollen. Und die dritte Säule, die wir immer noch im Auge behalten, die deutlich am schwierigsten ist, muss ich schon so konstatieren, ist die Frage einer technischen Überwachung. Sprich, wir wollen an den Brennpunkten, das ist insbesondere der Busbahnhof in Wurzen, das ist der alte Friedhof in Wurzen, eine Videoüberwachung einführen. Das ist allerdings aus rechtlicher Sicht nicht ganz unkompliziert. Das muss man auch sehr, sehr genau abprüfen, dass das dann auch entsprechend gemacht werden kann. Als Positiv möchte ich an dieser Stelle noch hervorheben, dass wir als Stadt Wurzen zwischenzeitlich in der Allianz sicherer Sächsischer Kommunen mitarbeiten. Wir sind dort eine Pilotkommune, an der der Freistaat Sachsen auch ausprobieren will, welche Sicherheitskonzepte, welche Präventionsmaßnahmen dann in den Kommunen am besten greifen. Spannungsfelder gesteht der Stadtchef auch zu, sieht das Problem aber nicht allein in Wurzen verortet. Uns erreichten auch Zuschauerfragen zum Thema Integrationsarbeit und dem Ruf der Stadt. Natürlich gibt es Spannungsfelder. Ich bin immer sehr traurig darüber, wenn diese Spannungsfelder immer auf Wurzen projiziert werden. Ich denke, dass diese Spannungen sich überall im Freistaat, in der Bundesrepublik, überall in der gleichen Form abzeichnen. Das ist völlig egal, ob das Amberg, Berlin oder Bautzen oder Wurzen ist. Das ist völlig egal. Deswegen waren wir auch in Bautzen und haben uns dort entsprechende Anregungen geholt, was dort getan und gemacht werden konnte. Wir haben von vornherein versucht, über unsere Stadtverwaltung, insbesondere mit einer Integrationsbeauftragten und auch mit einer Mitarbeiterin hier in der Stadtverwaltung, die sich ganz ausdrücklich um die Integration kümmert. Jemanden zu schaffen, der Netzwerke aufbaut, der sowohl mit Geflüchteten als auch mit Deutschen den Kontakt hält, Probleme und Schwierigkeiten auch im Zusammenleben auf kurzem Weg aus der Welt schafft. Ich denke, wir sind dort recht erfolgreich. Leider ist es immer wieder so, dass Sie nicht alles ausschließen können. Sie können nicht überall sein. Und dann haben wir eben doch gewaltsame Auseinandersetzungen, wie auch im letzten Jahr, zu beklagen. Wir wollen den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir haben an dieser Stelle auch Gegenmaßnahmen ergriffen. Ich will nur noch mal die aufsuchende Jugendarbeit dort an dieser Stelle nennen. Wir wollen aber auch die Maßnahmen, die wir gemeinsam mit der Polizei getroffen haben, dort gerne noch mal hervorheben. Überall gleichzeitig aktiv zu sein, ist aber sehr schwer. Er appelliert an die Vereine, am Demokratieprojekt mitzuwirken. Schauen wir nach vorn auf den Veranstaltungskalender der Stadt. Neben dem Wurzner Landfest, Nachtshopping und dem Stadt- bzw. Parkfest reiht sich auch noch eine besondere Veranstaltung ein. Er soll in erster Linie mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Es wird sich viel tun. Ich hatte bereits unsere Projekte erwähnt, was die Sanierung des Wasserturmgeländes anbetrifft. Aber wir haben auch in diesem Jahr den Sächsischen Familientag in Wurzen zu Gast. Das wird im Juni stattfinden. Und da kommen dann ganz, ganz viele Akteure der Familienarbeit nach Wurzen und wollen sich hier präsentieren. Das ist ein Fest des Freistaates und wir freuen uns, dass wir dort den Zuschlag erhalten haben. Hinweisen möchte ich auch darauf, und jetzt sind wir wieder beim Wurzner Land, dass wir auch dieses Jahr wieder das Wurzner Landfest feiern. Das wird dieses Jahr in Bennewitz stattfinden. Nachdem es letztes Jahr in Markschönstedt war, ist es dieses Jahr in Bennewitz. Und auch diese Veranstaltung lege ich den Wurzner sehr, sehr ans Herz. Es wird eine schöne Angelegenheit. 2019 beschäftigen ihn persönlich aber auch noch ganz andere Dinge im Alltag. Er beobachtet einen erneuten, rasanten Umbruch der Gesellschaft. Stichpunkt Industrialisierung 4.0. Wir haben in den 90er Jahren hier gerade in unserer Region einen dramatischen Umbruch gehabt, als die Wende zu uns kam. Wir haben den nächsten Umbruch gehabt, als die D-Mark gegen den Euro ausgetauscht wurde. Und jetzt stecken wir mitten in der Digitalisierung drin. Eine Technologie, die jeden Lebensbereich tangieren wird, jeden Lebensbereich berühren wird. Und es macht mir einerseits etwas Sorge, weil die Entwicklung so rasend schnell ist, dass auch wirklich die Menschen mit dieser Entwicklung mitkommen. Und auf der anderen Seite, und das haben wir jetzt gerade mit diesem Datenskandal wieder gesehen, dass wir an vielen Stellen wirklich ungeschützt in dieser Welt uns bewegen. Ich glaube, da haben wir ganz, ganz viele Aufgaben. Nicht nur als Verwaltung, sondern auch als Einzelner und jeder Mensch als Einzelner. Eine interessante Zuschauerfrage möchten wir an dieser Stelle nicht vorenthalten. Was würde er an Wurzen ändern, wenn er es direkt bestimmen dürfte? Es ist wieder diese Frage dieser Chancengleichheit. Wissen Sie, im Zusammenhang mit der Digitalisierung müssen wir ja zusehen, dass wir vor allem unsere Kinder fit machen für die Zukunft. Und an vielen Stellen sehe ich, wo unsere Kinder behindert werden. Und wenn ich mir etwas wünschen könnte und wenn ich es ruckzuck umsetzen könnte, dann wären das sowas wie kostenlose Kita-Plätze hier in der Stadt und sowas wie eine kostenlose Kinder- und Schülerspeisung, damit auch wirklich alle Kinder die Möglichkeit haben, nicht nur was Warmes im Bauch zu haben, sondern dann auch entsprechend von mir aus den ganzen Tag eine Ausbildung und eine Erziehung in unseren Einrichtungen genießen zu können. Abschließend gefragt, was macht Wurzen, um die Energiewende voranzubringen? Rücklin sieht Wurzen da als Vorreiter und erklärt auch warum. Unsere erste Ladesäule, die wir in der Stadt haben, die wurde im Jahr 2011 errichtet. Da haben viele andere Kommunen noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es sowas überhaupt gibt. Wir haben hier seit dem Jahr 2011 vor dem Stadthaus eine Ladesäule. Seit dem Jahr 2011 sind wir auch elektromobil, mal mehr und mal weniger. Und in vielen, vielen Bereichen, also wir haben immer noch insbesondere für das Stadtgebiet unseren E-Golf, der insbesondere vom Ordnungsamt genutzt wird, der schleicht sich also ganz leise an. Wir haben aber auch im Bauhof einige Elektrofahrzeuge eingesetzt, die aufgrund ihrer Größe und ihrer Beschaffenheit auch sehr, sehr gut geeignet sind, unsere Grünanlagen zu pflegen. Wir waren auch einer der ersten Städte, die hier in unserer Region, und das war auch im Jahr 2011, eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen haben, in der Eilenburger Straße. Jeder ist schon dran vorbeigefahren. Beispielsweise hat die Kita Spatzennest eine eigene PV-Anlage auf dem Dach, womit ihr eigener Strom erzeugt wird und der überschüssige Strom ins Netz eingespeist wird. Weitere Möglichkeiten sollen perspektivisch auch über die Wurzner Landwerke ausgebaut und genutzt werden. Vielen Dank.